Willkommen zurück zu einem weiteren Sammlungsvideo. Heute geht es um die Sammlung Vorsicht vor dem violetten Monster aus der Sammlung nahe Castleton. Und zwar befindet sich das direkt außerhalb von Castleton. Also ihr geht einmal quer durch, ihr startet hier am Hafen, geht hier komplett durch, geht hier hinten raus. Ist hier so ein Steinzaun und hinter dem Steinzaun liegt auch schon Vorsicht vor dem violetten Monster. Danke fürs Zusehen! Ich gucke mir noch kurz den Schafen zu. Haut rein! Ciao, ciao!